Hi, 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 ich bin der Madl und ich darf euch begrüßen zu einer neuen Review hier auf Penread Music und heute geht's um... Tyler, The Creator, Griff, Allo Parks, Dave, Nebaya Garcia, Billie Eilish, Hannah Peel, Raph Camoran, Torres, Nas, Wolf Alice, Drangsal, Ria Ragu, Lil Sims, Drake, Dieses Cover schaut so aus, wie das Album dann tatsächlich auch klingt, Indigo, D'Souza, Jebba, Please Madam, Lil Nas X, Ärzte, Loredana und Mo Sick, Emil, Ante Sniffers, Graf Camorra, Illuminati, Hottist, Matt Maltese, James Blake, Isolation, Berlin, Bull Brigade, Holplay, Pink, Panteress, Helene Fischer, Joy Crooks, Materia, Remy, Wolf, Lana Del Rey, Duran Duran, Matt Sheeran, im Biscuit, Rind, Nailmail, Texter, Holly Humberstone, Max Giesinger, Silksonic, Shirin David, Adele, Armin, Robert Plant und Alison Krauss, Magdalena Bay, Renly Carlyle, J-Bag Mafia, Bad Moms J, Lucy Dacus, Julian Baker, Low, Turnstyle, Nas, C-A-F, A-K-A, Starsky and Hush, OG Chemo, The Weekend, Gunner, Devil in Me, FKA Twix, Jesus, Elvis Costello, Mö, Flair und Basulton Hengst, Amber, Mark, Silvana Estrada, Kate Lebon, Black Country, New Road, Greta, Mitski, Katja Krasowice mit Big Thief, Snoop Dogg, Jen Iver, bin in Quarantäne, Oscar, Avery Lavin, Casper, Nilly Fajanya, Spiral Drive, Phoebe Bridgers, Charlie Axie Axie, Peter Doherty, Rosalia, es ist ein Album eben das Grenzen vollkommen sprengt, Denzel Curry, 01099, Machine Gun Kelly, und ich weiß ja nicht wie es euch geht, aber mir geht es nach dieser gestrigen Machine Gun Kelly, Folge immer noch ein wenig Mäh, Soul Glow, ja ist denn heute 1. April, Semino Rossi, The Stoned Luck Army, Songline Sampler Volume 1, Doppelfinger, Another Vision, Bilderbuch, Camp und Fitmella, Wetlag, 3 Plus, Camilla Caveo, Bramstein, Henry Claremont, Florence and the Machine, Schmidt, Harry Styles lädt uns in sein Haus ein, Raven Lenay, Carly, Tate McRae, das schaut so aus, Dua Lipa, Dua Lipa. Post Malone, Tove Stürker, Dagger Threat, Ellie Price, Andreas Gabalier Break Ah shit, hier wir wieder Gefühlte Wahrheiten Etwas, das ja auf diesem Kanal extrem beliebt ist Jochen Distelmayr Ace Viagra Boys Oder wie es bei uns so schön heißt Die Viagra-Burben Bibadubi Black Midi Deutschrap Brandneu Das ist keine Spotify-Playlist Auch wenn es so klingt Sondern das Kollaborations-Alum zwischen Farid Bang und Capital Bra Mabel Puh, ja da war einiges los in diesem Jahr Ein Jahr Pender with Music auf YouTube Wir haben 123 Alben reviewt Das ist glaube ich ganz anständig Insgesamt 157 Videos veröffentlicht Über 300 Abonnenten Geholt über 20.000 Aufrufe Oder 24.000 weiß ich jetzt Nicht ganz genau auswendig Jedenfalls wollte ich mich recht herzlich bedanken Für dieses erste Jahr Ich hoffe euch hat es gleich viel Spaß gemacht wie mir Weil ich finde es ziemlich cool eigentlich Bin auch absolut zufrieden damit Wie sich das ganze Ding entwickelt Und ja ich hoffe Wir bleiben uns Gegenseitig noch ein wenig treu Das ist nämlich schon ganz lässig glaube ich Auch wenn man so ein bisschen mehr in den Austausch und so weiter kommt Ich glaube das ist ganz gut Also heute vor einem Jahr hat das ganze Ding angefangen Eigentlich aus einer reinen Ja Jux und Spaß Geschichte Wird nicht gedacht Dass sich das dann doch so entwickelt Dass ich so viel Drive aufbauen kann Und Es hat sozusagen Blut lecke Aber das habe ich getan Und jetzt ist es da Und jetzt ist es so Und ja Soll niemanden stören Hoffe ich Jedenfalls wollte ich das nur heute kurz so mit euch teilen Ich glaube Das war ganz cool Ich hoffe wir sehen uns dann bald wieder Bei einer neuen Review Bis dahin wünsche ich euch alles Gute Und ciao Bis dahin wünsche ich euch alles Gute Bis dahin wünsche ich euch alles Gute Bis dahin wünsche ich euch alles Gute